So funktioniert die Haltung von Hühnern im Landwirtschaftssimulator 22. Für die Unterbringung der Tiere hast du zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen die Weide, diese fast 30 Tiere, und den Hühnerstall, dieser fast 360 Tiere. Kaufen kannst du die Tiere wie gewohnt über den Viehhandel. Auch bei Hühnern kannst du sie entweder selbst abholen oder für eine Gebühr von 15 Euro pro Tier liefern lassen. Zur Auswahl stehen dir Hühner im Alter von 0 Monaten, Hühner im Alter von 6 Monaten und Hähne. Hühner mit einem Alter von 6 Monaten starten direkt mit dem Legen von Eiern. Wenn du aber etwas Zeit hast, kannst du Geld sparen, 0 Monate alte Tiere kaufen und warten, bis sie mit dem Legen beginnen. Hähne brauchst du nur in deinem Stall, wenn die Tiere sich vermehren sollen. Optimal ist ein Hahn pro 10 Hühner. Hühner bieten sich sehr für LS-Einsteiger an, da du dich lediglich um die Nahrung kümmern musst. Hühner fressen Weizen, Gerste oder Sorgumhirse. Was du davon willst, spielt keine Rolle. Die Nahrung kannst du entweder selbst auf deinen Feldern anbauen oder direkt als fertiges Futter beim Händler kaufen. Die Eier, die deine Hühner produzieren, kannst du dann entweder in Produktionsstätten weiterverarbeiten oder direkt verkaufen.